Herzlich willkommen! Die Preise von Bitcoin, Ethereum und sämtlichen Kryptowährungen sind in den letzten Tagen stark gefallen. Korrekturen in den Märkten sind nichts Neues. Aber was können wir tun, wenn in den Märkten Panik ausbricht und nervöse Anleger eine Verkaufswelle auslösen, die den Bitcoin-Preis in den Keller fallen lässt? Es gibt Strategien, die sich bewährt haben, um einen Bärenmarkt zu überstehen und dein Vermögen abzusichern. Genau über diese Strategien sprechen wir heute ausführlich. Damit herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Denn du willst Geld mit Kryptowährungen verdienen und wir halten dich über alle internationalen Analysen, News und Trends auf dem Laufenden. Klicke auf den Like-Button, um uns zu unterstützen und abonniere den Kanal, damit du immer informiert bleibst. Wenn du verschiedene Börsen benutzt und alle deine Positionen unter einem Dach haben möchtest, empfehlen wir dir Atani. Mit Atani kannst du bis zu 20 Börsen gleichzeitig handeln. Neben der Möglichkeit zu handeln, ist es auch möglich, Steuererklärungen und Portfolio-Management komplett über Atani abzuwickeln. Die Verwaltung verschiedener Positionen über verschiedene Börsen hinweg wird dadurch enorm vereinfacht. Wir sind von der Vielseitigkeit dieses Tools begeistert. Den Link zu Atani findest du unter dem Video. Bevor wir über die verschiedenen Strategien sprechen, mit denen wir in einem Bärenmarkt bestehen können, wollen wir betrachten, in welchem Marktumfeld wir uns aktuell befinden. Noch hat sich der Bärenmarkt nicht bestätigt. Zwar gab es 2017 keine Korrektur in der Größenordnung, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben, aber seitdem haben sich die Preise auch deutlich erholt. Das letzte Mal, dass der Preis von Bitcoin um über 50 Prozent gefallen war, war 2013. Damals haben wir eine Korrektur gesehen, die noch größer war. Und viele Leute halten das für einen Mini-Bärenmarkt innerhalb eines größeren Bullenmarktes dieser Zeit. Im Moment ist die Lage sehr unsicher. Wir können noch nicht mit Sicherheit sagen, ob wir uns in einem Bärenmarkt befinden. Davor ist es wichtig, dass sich der Markt stabilisiert. Diese starke Korrektur der letzten Tage könnte der entscheidende Moment zwischen den Haves und den Have-Nots sein. Also zwischen denjenigen, die Kryptowährungen besitzen und denjenigen, die in der Panik ihre Kryptowährungen verkauft haben. Wir glauben nicht, dass wir schon am Ende des Bullenmarktes angelangt sind. Wir möchten euch aber trotzdem einige Strategien für den Bärenmarkt mit auf den Weg geben, damit ihr auch dafür gewappnet seid. Das Wichtigste in diesen Zeiten ist, Ruhe zu bewahren. In einem Bullenmarkt ist es leicht, Ruhe zu bewahren. Wenn alle Preise steigen, ist jeder ein Genie und feiert sich selbst. Sobald sich aber der Markt dreht und die Preise um 10, 15, 20 oder sogar 50 Prozent runtergehen, werden Menschen nervös. In solchen Momenten ist es wichtig, erstmal etwas Abstand von der Situation zu gewinnen und bloß nicht impulsive, emotionale Entscheidungen zu treffen. In dieser Situation gibt es sowieso nichts, was du unternehmen kannst. Es ist zu spät, um sich gegen eine solche Korrektur abzusichern und in vielen Fällen sind Börsen wie Binance oder Coinbase an solchen Tagen eh nicht nutzbar. Je nach Portfoliogröße ist es normal, dass dein Account an einem Tag wie gestern fünfstellig oder sechsstellig an Wert verliert. Wichtig! Dieser Verlust ist nicht realisiert und temporär. Genau wie die Gewinne, die du vor zwei Wochen in deinem Account stehen hattest. Solange du deine Kryptowährungen nicht verkaufst, hast du nichts verloren. Und wenn du nur Projekte hältst, mitbringen, gibt es keinen Grund, warum diese Projekte langfristig weniger wert sein sollten. Eine solche Korrektur schwemmt immer die nervösen Anleger aus dem Markt, die sich von Nachrichten und Meldungen verunsichern lassen. All diejenigen, die schon länger dabei sind, nutzen Chancen wie gestern, um nachzukaufen. Und kurz, bevor es weitergeht. Für alle Akademie-Teilnehmer haben wir am Freitag, den 21. Mai um 19 Uhr einen Live-Call-Spezial zur aktuellen Marktlage. Näheres zu unserer Akademie erfährst du am Ende des Videos und im Link in der Beschreibung. Die erste Strategie während eines Bärenmarktes würden wir als stabil spießig bezeichnen. Dabei warten wir, bis sich die Lage etwas stabilisiert hat und nutzen Stablecoins und Anwendungen wie Celsius oder Binance Earn und andere Staking-Programme, um Zinsen zu verdienen. Da es in einem Bärenmarkt keine großen Rallys gibt, können wir zumindest damit stabil etwas Rendite erzielen. Die zweite Strategie in einem Bärenmarkt ist Buy and Hold. Durch diese Korrektur bieten sich unglaublich viele Möglichkeiten, sehr qualitative Projekte zu kaufen. Im Vergleich zu einem Bullenmarkt ist eine Kaufkraft in einem Bärenmarkt je nach Größe der Korrektur um 30 bis 50 Prozent gestiegen. Eine schlaue Methode, wie man dabei vorgehen kann, ist das sogenannte DCA, Dollar Cost Average. Dabei kaufen wir über einen Zeitraum hinweg, etwa Tage, Wochen oder Monate, immer den gleichen Betrag in Euro oder Dollar einer Kryptowährung. Wenn du neu in Krypto bist, bietet das eine super Gelegenheit, sehr günstig ein hochwertiges Portfolio aufzubauen. Wenn du bereits ein großes Kryptoportfolio besitzt, ist das eine gute Zeit, um deine verschiedenen Positionen unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, wo sich ein Nachkauf lohnen könnte. Die Top 10 von CoinMarketCap sind hier ein guter Startpunkt. Für jede Strategie gilt, agiere ruhig, bedacht und emotionslos. Wenn du nicht der panischen Herde folgst, sondern dich auf dich und deine Strategie stützt, kannst du sehr viel Schmerz und finanziellen Verlust vermeiden. Hör nicht darauf, was Medien oder andere sagen. Prüfe mit Sinn und Verstand, ob deine Herangehensweise für dich funktioniert. Wenn nicht, kannst du sie mit Logik anpassen. Bärenmärkte bieten eine gute Gelegenheit, deine Exit-Strategie zu prüfen. Macht diese noch Sinn? Wenn deine Exit-Strategie an einen Bitcoin-Preis gekoppelt war, kann es sinnvoll sein, Zwischenschritte zu definieren. Natürlich ist dieses Thema sehr individuell und auch der steuerliche Aspekt darf hier nicht außer Acht gelassen werden. Je nach Vermögen kann es sinnvoll sein, auch andere harte Werte wie Immobilien oder Edelmetalle in dein Portfolio mit aufzunehmen. Nachdem sich die Situation etwas beruhigt hat, ist es sinnvoll, Ziele zu definieren und klar zu entscheiden, welche Projekte man zu diesem Rabattpreis kaufen möchte. All diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, lassen sich von Dips wie gestern nicht beunruhigen. Diese Botschaft richtet sich an alle unter euch, die noch neu in Krypto sind und durch diese Korrektur Geld verloren haben. Lasst euch nicht verunsichern. Kryptowährungen basieren auf einer neuen Technologie und sind durch die vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung als solche noch sehr volatil. Wenn du lange genug dabei bleibst und diese Zeit nutzt, um hochwertige Projekte zu kaufen, ist es faktisch unmöglich, mit Kryptowährungen nicht reich zu werden. Wie siehst du das? Welche Projekte kaufst du aktuell und hast du eine Exit-Strategie? Schreib es uns in die Kommentare. Und an alle Fans, gerade in diesen sehr volatilen Zeiten wollen wir als seriöser Kryptokanal mit tiefgehendem Content ein Zeichen setzen. Darum kommentiert das Video wie immer mit einem Raketen- oder Herz-Emoji, damit wir alle, die in Panik verfallen sind, aufklären. Danke an euch alle für eure großartige Unterstützung. Und für alle, die sich bei dieser Marktlage Sorgen machen und statt viel Geld zu verlieren lieber lernen möchten, langsam, aber mit Sicherheit richtig reich zu werden, haben wir eine Alternative. Es geht darum, zu lernen, in Ruhe überlegte Investmententscheidungen treffen zu können und Krypto wirklich zu verstehen. Dafür haben wir die täglich Bitcoin- und Krypto-Akademie ins Leben gerufen. In der Akademie bringen wir dir bei, wie Bitcoin, Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie funktionieren, wie du Anfängerfehler vermeiden und dich vor Betrügern schützen kannst. Außerdem gehen wir richtig in die Tiefe, rund um Themen wie dezentralisierte Finanzierung, technische Analyse, den Arten von Altcoin, der Blockchain-Technologie und vielem mehr. Für alle von euch, die anstatt etwas zocken zu wollen, wirklich verstehen möchten, wie Krypto funktioniert und tiefer in die Materie eintauchen möchten, ist das genau das Richtige. Aktuell haben wir ein besonderes Angebot. Alle, die sich für die Jahresmitgliedschaft entscheiden, sparen 40 Prozent im Vergleich zur monatlichen Mitgliedschaft. Hol dir dieses Angebot und profitiere von zahlreichen Expertenkursen in der täglich Bitcoin- und Krypto-Akademie. Neben den Expertenkursen in der Akademie haben die Teilnehmer des Jahresabos die Möglichkeit, an Live-Calls teilzunehmen und Fragen zu stellen. Der nächste Live-Call-Spezial mit Q&A für alle Jahresakademieteilnehmer findet am 21. Mai um 19 Uhr zur aktuellen Marktlage statt. Zusätzlich sicherst du dir damit für zwölf Monate den Zugang zur internen, exklusiven Telegram-Gruppe, wo du uns direkt deine Fragen stellen kannst. Wir sind mit Leidenschaft dabei und möchten auch dich für Krypto begeistern. Aus diesem Grund bekommst du von uns eine 14-Tage-Geld-zurück-Garantie. Melde dich also am besten direkt an, um noch von diesem einmaligen Angebot zu profitieren. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Video